hallo und herzlich willkommen zu einem neuen das play mit mir die mimian und zwar spielen wir hier hitman 1 also hitman hitman danach kommt hitman ja wir spielen hier hitman so hier erst mal das tutorial im not like you in case you're wondering i'm in the hunter program agents and handlers work in unity you know the expression know your enemy well that part is my job know your enemies only have the victory i know you also need to know yourself i'm working on it i read your case file impressive work partly textbook but i suppose fieldwork never is tell me what did it feel like taking lives random disordered is that why you came here why you let us test you maybe i'm not the only one being tested well we are here basic training starts at 0600 hours i should leave you to prepare are you sure about this i am there are no second chances miss burnwood not here i choose him may i inquire why a blank slate anti-social apathetic and unresponsive no doubt the boy shows promise but perhaps i see possibility where others see limitation isn't that what a handler does sir we'll see anyone can kill miss burnwood he still remembers nothing if he does he's not sharing we will check up on his story the hospital in romania in the meantime keep him under close watch welcome to advanced mission training this operation originally took place in sydney the target was calvin ritter infamous cat burglar also known as the sparrow you will need to infiltrate the yacht isolate and eliminate your target and exfiltrate all without arousing suspicion and remember as an ica agent you are the most dangerous person in any room but blunt force will get you nowhere in this business and a true assassin never calls attention to himself good luck initiate okay as previous tests have established you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception use your instinct now to sense the position movement people around you and identify your target so ich habe mir so vorgestellt dass jede folge immer eine mission ist und ich mich auch nicht hier hetzen lasse dann dauert halt mal so eine folge eine stunde oder so so nennen sie sich ging kind du bist definitiv nicht zurück du bist so verwirklich nicht Hyperfe couldn't allow you onboard in your current outfit wir sollten von konfrontation und schauen uns auf eine andere Weg Hmm, der Mechanik ist in deinem Weg. Schau mal auf und ruhig ihn auf ihn. Du hast auf seine Kleine? Das ist ein Wunsch. Vielleicht funktioniert das auch. Die Leute sehen die Uniforms, nicht die Gesichter. Sei auf jeden Fall. Einige Leute sind eher observant als andere. So, jetzt müssen wir die Gleiche hier verstecken. Jetzt kommen wir rein. Speichern und laden. Das ist eine sehr wichtige Funktion hier. Wie man jetzt wahrscheinlich sieht, Ich habe schon mal gespielt. Wird gespeichert. Okay. Ja, einfach vorweil gehen. Das würden wir jetzt hier einfach killen können. Das ist dein Ziel, Herr Ritter. Das ist dein Ziel, Herr Ritter. Glückwunsch, der Ort ist mit Wettbewerb. Ich sage, dass du ihn folgst. Ich sehe, ob du ihn nicht isolieren kannst. Okay, der folgt ihm. Wahrscheinlich kommen wir jetzt nicht. Also einmal mal verkleiden. Okay. Okay. The target will spot you if you get too close. To eavesdrop on his conversation, try and find a way to blend in. The finest thief the world has ever seen, but things are changing. This is the universe's way of... Blending in, I see. Well done, Initiate. Warten und beobachten Sie die Zielperson. Wenn ich jetzt Ratten-Gift hätte, könnte ich dieses Getränk... ...vergiften. Mr. Norfolk. So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No. Uh, not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Uh, lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with a gentleman in white. This could be useful. What? We will win. Yes. For sure. No. We will win. We will win. We will win. No. Natürlich kommen wir durchs Fenster rein Worauf warten wir denn? Ist jetzt die Frage hier Jetzt ist deine Chance Use your silent pistol or the client will notice Hold on, I'm thinking Your target is down, now head calmly towards an exit The red car marks your exfiltration point, simply push the button and you're in the clear I don't know if there are extra points The red car marks your exfiltration point, and may I say elegantly done initiate, I guess my hunch was right about you, I look forward to the final test Advanced mission training complete, and may I say elegantly done initiate, I guess my hunch was right about you, I look forward to the final test How did you know? I told you he had talent His stats are off the charts Such skills and reflexes They could only be the result of previous training Power like that, with no moral restraint He could be dangerous I thought that was rather the point, sir All agents have weak spots, Miss Burnwood Pressure points, to keep them in check But this one Perhaps it would be better to just Give me a chance, sir Give him a chance I will take full responsibility Very well It's your show Welcome back, initiate As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle Very your strategy, improvise We will be watching Vor Ihrer Abschlussprüfung dürfen Sie noch einmal den Ritterauftrag durchlaufen Sie können Ihre Vorgehensweise frei wählen und sich an den Herausforderungen orientieren Wir empfehlen Ihnen, so viel wie möglich zu absolvieren Ja, okay Also erstmal Nehmen wir den Dietrich mit Den Fernseher brauchen wir nicht, aber die Münzen Die ist so auffällig Aber die Munition kann man ja mal zur Not mitnehmen Okay Erstmal müssen wir das gleiche machen wie so vorher, weil sonst kann man nicht rein So, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt komme ich hier durch so rattengift kann man es nicht nehmen doch ok ok Ich muss mehr speichern. So, dann noch mal von vorne. Also, wir nehmen den Dietrich. Die Münzen. Die Munition immer mit. So. Jetzt gehen wir hier rein. Gehen hier durch. Nimm das Rantengüft. Und speichern. So. 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 ja okay das geht nicht so einfach wie gedacht ich hab gedacht man kann sich einfach als polizist verkleinern ich habe hier noch nichts Nothing here yet. Nothing here yet. Das war wieder doof, weil die jetzt auf der Suche sind, ne? Ich lade einfach nochmal. So. Weil ich ja jetzt weiß, was hier drin ist, werde ich mich hier sofort umziehen. So. Speicher. So. Bye. So. 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 Hier kann ich die Leiche verstecken. Man of the Sea! Respect! Hm. Ich speichere kurz mal hier und versuche dann die Leiche da runter zu schmeißen. Okay. Die Körper wurde gefunden, wenig Ziel getötet. Die Frage ist, ist das hier ein Ausweg, ja oder nein, ja. Das hat der nicht erwischt. Heißt, ich muss hier jetzt nur abschießen und da in diesen Helikopter einsteigen und fertig. Das ist ein Ausweg. Untertitelung des ZDF, 2020 Und Mission werden. Rumänien war ein Ende. Du sagst, dass er ließ? Pläne ist wahr genug. Aber wir haben keine Tränsen, dass dein Mann dort war. Oder jemand anderes, für das Thema. Jemand erraten seine Schritte. Hm. Wir gehen auf, natürlich. Aber, ehrlich gesagt, es ist, wie die Erde ihn einfach spät. Sie sind noch immer bereit? Es ist wichtig. Ich habe gesagt, dass es keine Seconde Chance gibt. Du glaubst nicht alles, was du hörst, Frau Burnwood. Meine Entscheidung steht. Sehr gut. Ich werde sehen. Der letzte Test ist auf einer authentischen 1979...